Wir stehen hier am inneren Wehr, Kulheimer Bach, Eingang Große Lache. Hier wird das gesamte Bachwasser aufgeteilt, geht in zwei Richtungen. Links in Fließrichtung geschaut, durch große Teiche, insgesamt elf. Am Ende findet dann eine Verwicklung statt und nach etwa zehn Jahren erreicht das verwickerte Wasser dann das Wasserwerk Weiler und wird dort zu Trinkwasser aufbereitet. Geradeaus, wo ich hier stehe, geht das überschüssige Wasser, in Anführungszeichen gesprochen, bis zum Bachkilometer 0,0. Am Ende befindet sich ein Au-See, den werden wir gleich noch sehen.